Dann nehme ich auch noch Courage, bitte. Dann nehmen wir noch mal Heilerbrecher. Dann heizt dich noch mal bitte hoch. Au. Na, komm. Da brennt. Da jungen, da brennt. Ich hab das so ein ganz mieses Gefühl, was ich jetzt mache. So. Aqua. Ich hab da echt so ein ganz mieses Gefühl. Ich sollte heilen. Ich sollte es. Ich will es aber nicht. Weil ich glaube, dass wir das schaffen können. Ohne Heal. Aber es wird verdammt knapp. Sobald der Typ einmal richtig zubeißt, bin ich weg. Das lief auf jeden Fall gut. So. Ihr Kot-Weiß-Typ. Das ist... Ich bin jetzt kein Hellseher, ne? Aber... Das klang für mich schon sehr... Wie soll ich es ausdrücken? Verängstigt? Oh nein. Ja, gut, okay. Ihr habt mich. Rundumschlag. Mit der coolen Sniper. Ich find dieses Gewehr so cool. Das erinnert so ein bisschen an Overwatch. Ich versuche hier, jedes Item mitzunehmen. Das geht. Ah! Du Stromschocker, du. Das ist ja... Schockierend ist das. Pow! Sniper-Schuss des Toms. Achtmal Knochenpanzer. Bitte sag mir, da hinten liegt nicht noch ein Item. Nochmal kämpfe ich nicht gegen die. Das war mir zu blöd. Ach kacke, das war ja... Das ist ja der Vorderteil. Äh, ja. So schnell kann es gehen. Wisst ihr was? Wir machen erstmal wieder. Joa? Advoi. Advoi. Eno, Vigilant. Oder wie das ganze Zeug ist. Keine Ahnung. Courage. Vigilant. Eno. So, Courage. Habe ich noch was? Hast Vigilant? Nein. Wir nehmen jetzt nochmal ein bisschen Heilung in die Hand. Du kannst das. Jetzt gehen wir zu Extermination. Schafft das nicht, den In-Shop zu kriegen? Ich glaube das nicht. Ich bedenke, dass wir am Anfang dieses Viech nicht platt machen konnten. In diesem... An dieser Küste. Und mittlerweile kämpfen wir... Gleich auf, kann man sagen. Ja, nicht gleich auf, aber... Benil, du bist ein bisschen hart an der Schussbahn. Ohne Panzer kannst du nichts. Komm, greif mich an. Das war der Falsche, mein Freund. Pauu. Pauu. Meine Knarre brennt. Sie brennt. So. Immer weiter. Am besten alles runterfahren, was geht. Na, das kann ich. Was ist das? Ohnein. Beschwören. Beschwören. Ich liebe diese Beschwörung von den Typen. Also, wenn die Typen was können, dann ist es sowas. Einfach nur eine schöne Augenweide. Mal hier so ein bisschen... Als was kannst du dich verwandeln. Ach so, ja. Das war ja ein... Eine Formel-1-Flitzer. Juhu. Äh, Kinder. Äh, Kinders. Feuereifen. Woll, das hätte ich mir eigentlich sparen können. Ich habe irgendwie damit gerechnet, dass sie ein bisschen... Ja, das war durchaus interessant. Auch wenn das definitiv gerade so ein bisschen over the top war. Definitiv so ein bisschen over the top. Ach so ein bisschen over the top. Ach so. Ach so. Ach. Kriegst du noch das dazu? Atfoy. Nochmal Atfoy. Und du Courage. La Courage. Jetzt gib mir das bitte. Schwupp. Schwupp. Pass auf. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Ja. Geil. Jetzt hast du natürlich überhaupt... Ist mir jetzt egal. Komm. Wir schaffen das. Ich hab's von Anfang an gewusst, liebe Freunde. Ich war zu gierig. Nein. Ja, seht ihr, dass die... Die Konzentration lässt schon nach. Extermination! Der geht aber auch einfach nicht runter mit seinem Leben. Beziehungsweise der Schockzustand, der geht nicht hoch. Das ist echt unfassbar. Runter mit der Rübe. Und ja, ich gebe zu. Das war vielleicht ein bisschen übertrieben nach Beschwören. Ich hab irgendwie mit mehr gerechnet. Da war mein Finger schneller wie mein Kopf. Peng. Du gehst jetzt hier drauf, Alligator. So. Ja, das war verdient. Dann bin ich ja mal gespannt, was da jetzt noch kommt. Dann bin ich ja mal gespannt. Neu-Formation. Ähm. Crystarium. Warum nicht? Ich vergesse jedes Mal, wo ich die geskillt hab. Was? Könnt ihr euch das vorstellen? Ähm. Ja. Im Moment spielen wir hier ja mehr. Wir spielen ja eher nur ersatzweise Heiler. Anschlag. Aufwertung der Kombination von Angreifen und Ruin. Wenn man nicht von Gegnern anvisiert wird, wirkt nicht auf geschockte Gegner. Hm. Jetzt kriegst du auch Mentor weiter. Mein lieber Hope. Ja, was ist denn Segen? Verlängert die Wirkung bereits bestehender Positivzustände. Ja, das klingt doch schon mal gut. So was höre ich gern. Nein. Ich war ja... Defensive Body. Wir leben jetzt... Jetzt haben wir sie alle hier über 1000 Punkte. Fluch. Fluch gar. So. Ah, noch nicht ganz. Hope. Hope fehlt noch. Ähm. Ja, du Großer. Du kriegst erstmal hier ein bisschen. So. Schade. Na, egal. Ähm. Wisst ihr was? Wir holen uns da hinten noch den Pokéball und dann würde ich ein kleines Aufnahme-Präuschen erstmal machen. Einfach, weil ich's kann. Oh, da-di, da-di. Blitz-Raw, my friends. Haltet diese Viecher auf. Die sollen kein Zyklon hier casten. Das ist das Letzte, was ich will. Bitte. Hm. Mit dem Ergebnis bin ich zufrieden. Wäre doch nur alles so einfach. Guckt euch das an. Da ist schon wieder so ein scheiß Panzer. Da ist schon wieder so eine Wespe. Und jetzt kann ich hier. Nein! Nein!